Grüezi miteinander und herzlich willkommen zum aktuellen Stern des Monats. Heute stellen wir Ihnen drei Modelle aus dem Mercedes-AMG Einstiegsreihen vor. Dank dem 306 PS starken Motor aus der 35 Baureihen und dem AMG Sportfahrwerk bereitet das Fahren mehr Spass denn je. Der Innenraum zeichnet sich durch seinen hochwertigen und sportlichen Look aus. Dank der optionalen Ambientenbeleuchtung wird jede Fahrt in der Nacht zum absoluten Highlight. Mit dem markanten AMG Performance Sitz haben Sie auch in der engsten Kurve einen optimalen Seitenhalt. Sind Sie lieber gemütlicher unterwegs, sind unser Komfortsitz genau das Richtige für Sie. Der A35 AMG überzeugt durch seine kompakte Aussenmasse. 19 Zollfelgen im Mehrspeicherdesign und das AMG Night-Paket verleiht dem Fahrzeug einen noch sportlicheren und dynamischeren Auftritt. Der CLA 35 AMG Shooting Break verkörpert einen agilen und sportlichen Kombi. Dank seiner grosszügigen Innenmass steht dem nächsten Familienausflug nichts mehr im Weg. Mit dem GLA 35 AMG und seinem Allradantrieb sind Sie auch für das Gelände optimal vorbereitet. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, Ihre Stern im Aargau. Robert Huber AG, Ihre Stern im Aargau. chilirationshäger 500 200